Musik Am nächsten Morgen jedenfalls war Giza Herren auf Barleburg. Ihre Wolfspelze mit den gelben Augen kamen als ihre Aufseher bis in die entlegensten Dörfer und brachten alles unter ihre Gewalt. Bei Nacht wagte sich keiner mehr vor die Tür, denn bis zum Sonnenaufgang hörte man draußen die Wölfe heulen, ohne dass einer dieser unheimlichen Jäger etwas dagegen unternahm. Es ist wohl auch wirklich so, dass sie sich bei Nacht in Wölfe verwandeln und erst beim ersten Sonnenstrahl ihre menschliche Gestalt wiederbekommen. Seither lebten alle Menschen im Tal von Barleburg in Angst, und das nicht nur bei Nacht. Die wolfspelzigen Knechte Giza's holten nach Gutdünken junge Männer aus den Dörfern und zwangen sie zur Arbeit in den Edelsteinseifen und später auch in den Minen oben im Gebirge. Denn Giza war unersättlich in ihrer Gier nach Saphiren und allen anderen edlen Steinen. Auch in unserem Dorf waren schon ein paar Burschen abgeholt worden, und es kümmerte Giza's Knechte nicht, ob sie Familien zu ernähren oder Eltern zu unterstützen hatten. Schlimmer als das alles war jedoch die Angst, die alle ergriffen hatte. Bald wagte keiner mehr, einem anderen zu helfen, der auf solche Weise ins Unglück geraten war, denn dadurch konnte man ja die Aufmerksamkeit von Giza's Knechten auf sich ziehen und dann als nächster fortgeschleppt werden. Da ich keine Schafe mehr hatte, verdenkte ich mich bei meinem Schwiegervater als Knecht, damit wir das Notwendigste zum Leben bekamen. Auf dessen Hof kam dann eines Tages einer der Gelbäugigen, sah mir eine Weile stumm bei der Arbeit zu, legte mir dann die Hand auf die Schulter und sagte, »Komm, Giza braucht starke Männer.« Ich sagte ihm, dass ich Frau und Kinder zu unterhalten hätte, aber er hörte überhaupt nicht hin, sondern trieb mich vor sich her aus dem Hof. Mein Schwiegervater und seine Leute standen hilflos dabei, und keiner von ihnen wagte auch nur, seine Hand zu erheben. An diesen Tage beschloss ich, künftig auch wie ein Wolf zu leben, denn dies schien mir die einzige Art in dieser Welt durchzukommen. Der Gelbäugige war sich seiner Sache und unserer Angst so sicher, dass er nicht einmal nachgesehen hatte, was ich bei mir trug, und so hatte er nicht bemerkt, dass ich ein Messer in meiner Tasche hatte. Als wir dann dicht am Waldrand entlang gehen mussten, bückte ich mich, als müsse ich mir das Schuhband knüpfen, und wartete, bis der Gelbäugige neben mir war. Da sprang ich auf, stieß ihm das Messer in die Brust und schleppte den Toten ins Gebüsch. Dann rannte ich so schnell ich konnte zu meinem Haus, holte Aireen und das Kind und floh mit ihnen in die Wälder. Bei Tag liefen wir, soweit wir kommen konnten, und versteckten uns, sobald wir irgendein Geräusch hörten. Abends kletterten wir auf einen Baum und verbrachten dort die Nacht, während unten die Wölfe heulend durchs Unterholz trabten. Gelebt haben wir in diesen Wochen von Beeren, Pilzen, Bucheckern und Eicheln, denn zum Glück geschah dies alles im Herbst. Als wir dann schließlich aus dem Wald herausfanden, schleppten wir uns abgerissen und schmutzig, wie wir waren, in ein Dorf und wollten um ein Nachtlager und um etwas zu essen bitten. Doch die Leute jagten uns von der Tür, schalten uns Diebe und Landstreicher und hetzten die Hunde auf uns. Seither habe ich mir selber genommen, was wir zum Leben brauchten. Aber das habe ich dir ja schon heute Morgen gesagt. Ja, sagte Ulosch, nur lässt es sich jetzt besser begreifen. Auf solche Weise hast du also Bargaschs Reusen ausgeraubt. Hast du ihm dabei geholfen, Aireen? Nein, sagte Barnolfs Frau, aber ich habe zugesehen und ihn nicht daran gehindert, denn mein Kind war hungrig. Warum verschweigst du, was du zu mir gesagt hast, Aireen, sagte Barnolfs. Was ich gesagt habe, ist hier wohl nicht weiter wichtig, antwortete Aireen. Doch Ulosch schien anderer Meinung zu sein. Was in dieser Verhandlung von Bedeutung ist, habe ich zu entscheiden, sagte er. Was hat deine Frau zu dir gesagt, Barnolfs? Sie hat mich getadelt, dass ich alle Reusen gelehrt hatte, statt nur zwei oder drei Aale herauszunehmen, sagte Barnolfs. Aireen konnte sich nie recht an das Leben gewöhnen, das wir führen mussten, und hörte nie auf, es für ein Unrecht zu halten, das sich den Bauern Hühner aus den Ställen stahl oder in ihre Vorratskammern einbrach. Der sanfte Flöter war den Reden aufmerksam gefolgt, ohne sich einzumischen. Jetzt hob er den Kopf und sagte, Darf ich Barnolf etwas fragen, Rullosch? Und als dieser nickte, sagte er, Hat es dich gestört, Barnolf, dass Aireen mit deinem Verhalten nicht einverstanden war? Barnolf bedachte sich eine Weile und sagte dann, Das ist schwer zu beantworten. Du weißt, dass ich mich zu diesem wölfischen Leben entschlossen hatte. Aber es hätte mich wohl eher gestört, wenn Aireen nichts dagegen einzuwenden gehabt hätte. Gerade um der Vorwürfe willen, die sie mir machte, war sie mir nur noch lieber. Vielleicht, weil sie mir auf diese Weise einen Teil jenes Lebens bewahrte, das wir früher einmal miteinander geführt haben. Das hast du gut beschrieben, sagte der sanfte Flöter. Als er sah, dass der Flöter sich wieder zurücklehnte und keine weiteren Fragen zu haben schien, sagte Rullosch, Die Sache mit dem Fischdiebstahl können wir jetzt zu Ende bringen. Wie hoch schlägst du deinen Schaden an, Vargasch? Der Angesprochene stand auf und sagte, Dieser eine Aal ist nicht der Rede wert und die anderen haben sicher wiedergefunden. Ich verzichte auf eine Entschädigung. Dann setzte er sich wieder. Damit soll diese Angelegenheit erledigt sein, sagte Rullosch. Jetzt bleibt aber auch noch Barnolfs Angriff mit dem Messer und der lässt sich nicht so leicht aus der Welt schaffen. Was hast du dir gedacht, Barnolf, als du auf Vargasch losgegangen bist? Ich dachte, sagte Barnolf, Wer mir meine Beute streitig machen will, der soll mir erst mal zeigen, dass er stärker ist als ich. Wie ein Wolf, sagte Rullosch. Ja, sagte Barnolf, wie ein Wolf. Das hatte ich von Gisas Knechten gelernt. Jetzt gab der sanfte Flöter durch eine Geste zu erkennen, dass er etwas fragen wollte, und Rullosch nickte zustimmend. Und da wendete sich der Flöter an Barnolf und sagte, Du hast uns vorhin erzählt, dass du diese Gelbäugigen von Anfang an nicht gemocht hast. Wie kommt es dann, dass du dir ihre wölfischen Gebräuche zu eigen gemacht hast? Wenn es keinen mehr gibt, der einem sein Recht verschafft, muss man sich auf diese Weise helfen, sagte Barnolf. Das habe ich wenigstens damals gedacht. Aber wenn du glaubst, dass mir das Freude gemacht hat, dann irrst du dich. Ich habe mich seither selbst nicht mehr gemocht. Das habe ich vermutet, sagte der sanfte Flöter. Du hast gemeint, in einer Welt, die von Wölfen beherrscht wird, bleibt dir nichts anderes übrig, als selbst ein Wolf zu sein. Aber das war wieder deine Natur, denn du bist ein Mensch, der Freude hat an der Liebe und nicht am Hass. Du hast also auch gespürt, dass diese Gelbäugigen dich zu einem gemacht haben, der du nicht sein willst. Hättest du dann nicht auch wissen müssen, dass dieses wölfische Verhalten jeden anderen, der unter dir zu leiden hat, vom Menschen zum Wolf machen könnte? Du hast recht, sagte Barnolf. Aber das hatte ich nicht bedacht. Ich habe es erst begriffen, als du draußen im Moor auf deiner Flöte gespielt hast. Man kann das Wölfische nicht aus dieser Welt vertreiben, indem man selber zum Wolf wird. Ich hatte vergessen, dass es unter Menschen eine Kraft gibt, die stärker ist, als dieses wölfische Fressen und Gefressen werden. Eine bemerkenswerte Erkenntnis, sagte der sanfte Flöter. Ich habe jetzt keine Fragen mehr an dich. Da ergriff Rulosch wieder das Wort und sagte zu Barnolf. Soll das heißen, dass du künftig bei solchen Anlässen dein Messer im Gürtel behalten willst? Ja, sagte Barnolf. Dies scheint mir die einzige Art zu sein, wie man verhindern kann, dass sich diese wölfischen Gebräuche unter den Menschen weiter ausbreiten. Gut, sagte Rulosch. Aber damit ist die Sache noch nicht aus der Welt geschafft. Jetzt will ich erst einmal sehen, welchen Schaden du mit deinem Messer angerichtet hast. Bargasch soll jetzt vortreten und die Wunde zeigen, die ihm Barnolf zugefügt hat. Der junge Fischer stand auf, öffnete sein Hemd und streifte es ab. Ein klaffender Schnitt zog sich über seine rechte Schulter. Die Wunde hatte zwar aufgehört zu bluten, sah aber schlimm genug aus. Rulosch betrachtete sie genau und sagte dann, Du kannst dein Hemd wieder anziehen, Bargasch. Lass dir von deiner Mutter Wundkraut auf den Schnitt legen und einen Verband machen. Ich will nun meinen Spruch sagen. Dieser Mann namens Barnolf soll dir so lange ohne Entgelt als Knecht dienen, bis der letzte Schauf von deiner Wunde abgefallen ist. Und dann soll er auch noch die Kosten abarbeiten, die dir durch Wohnung und Unterhalt für ihn und seine Familie entstehen. Danach steht es Barnolf frei, weiterzuziehen oder bei uns zu bleiben und gegen einen geziemenden Lohn als Fischer zu arbeiten. Reusen ausnehmen kann er ja schon. Nimmst du dieses Urteil an, Barnolf? Sehr viel lieber als das Erste, das du heute Morgen gefällt hast, sagte Barnolf lächelnd. Ich weiß auch jetzt schon, dass ich bei euch bleiben möchte, wenigstens so lange, wie Giza Herren auf Barleburg ist, denn ich habe dieses Umherziehen satt. Das freut mich, sagte Rulosch. Nun muss ich aber auch noch dich fragen, Bargasch, ob du mit dieser Entscheidung einverstanden bist, denn du wirst die drei in dein Haus aufnehmen müssen. Dagegen habe ich nichts einzuwenden, sagte Bargasch. In meinem Haus ist Platz genug und meine alte Mutter wird froh sein, wenn ihr jemand zur Hand geht. Außerdem hätte ich nach allem, was ich jetzt gehört habe, diesen Barnolf lieber zum Freund als zum Gegner. Er konnte wohl doch stärker zupacken, als du vorhin zugeben wolltest, sagte Rulosch. Außerdem soll er ja ein Rezept für besonders würzige Aalsuppe haben. In das Gelächter der anderen hinein rief er dann noch, »Die Verhandlung ist geschlossen« und haute mit der Faust auf den Tisch, wobei schon nicht mehr ganz deutlich war, ob er eine Amtshandlung zu Ende führen oder seinem Vergnügen Ausdruck geben wollte. Die Männer standen auf und verließen nach und nach die Stube. Bargasch ging hinüber zu Barnolf und Ayrin und forderte sie auf, ihm in sein Haus zu folgen. Zuletzt standen nur noch Rulosch und der sanfte Flöter beieinander und schauten zu, wie die einstigen Gegner einträchtig miteinander zur Tür hinausgingen. »Du solltest Richter werden, Flöter«, sagte Rulosch. »Deine Fragen haben mir erst gezeigt, worauf es ankommt.« Der Flöter hob abwehrend die Hände und sagte, »Das ist kein Geschäft für mich. Meine Urteile würden nach Meinung der Leute wohl zu seltsam ausfallen. Lass mich jetzt noch vor dem Haus ein bisschen in der Sonne sitzen, bevor es Abend wird.« Nun verließ auch er die Gerichtsstube und setzte sich draußen auf die Hausbank neben der Tür. Die Kinder spielten noch immer auf der Dorfgasse, doch sobald sie den Flöter sahen, liefen sie herbei, blieben dann in einigem Abstand stehen und betrachteten neugierig den alten Mann, der es fertiggebracht hatte, das Urteil des Dorfrichters zu ändern. Es hatte sich wohl auch schon herumgesprochen, wie er das angefangen hatte, denn eines der Mädchen rief ihm zu. »Spiel uns etwas vor, Flöter!« Da zog der sanfte Flöter sein silbernes Instrument aus der Tasche und fragte, »Was soll ich denn spielen?« »Kennst du das Lied von Schönagla?« fragte das Mädchen. »Ich habe es einmal gehört, als ich vor vielen Jahren hier in der Gegend war,« sagte der Flöter. »Aber du musst mir helfen, denn ich weiß nicht, ob ich es noch genau im Kopf habe. Willst du mitsingen?« »Das ist doch ganz leicht,« sagte das Mädchen, kam zu ihm herüber und setzte sich neben ihm auf die Bank. »Dann wollen wir es einmal versuchen,« sagte der Flöter. Er spielte ein paar Töne, setzte die Flöte wieder ab und fragte, »So fing es doch an!« »Natürlich,« sagte das Mädchen, »das kann hier doch jedes Kind. Fangen wir jetzt richtig an?« Der sanfte Flöter nickte, hob seine Flöte wieder zu den Lippen und begann zu spielen. Das Mädchen sang dazu mit einer hellen, ein wenig spröden Stimme das Lied. Ein Mädchen ging zum See jedes Jahr, Ein Mädchen ging zum See mit Wangen weiß wie Schnee. Der Grüne kam vom Grund jedes Jahr, Der Grüne kam vom Grund und küßte's auf den Mond. Das Mädchen weinte sehr jedes Jahr, Das Mädchen weinte sehr und kam dann immer mehr. Schön Agla ging zum See dieses Jahr, Schön Agla ging zum See in Kleidern weiß wie Schnee. Der Grüne kam vom Grund dieses Jahr, Der Grüne kam vom Grund, sie küßt ihn auf den Mond. Schön Agla hat gelacht dieses Jahr, Schön Agla hat gelacht, Da sang er durch die Nacht. Während er dem Gesang des Mädchens zuhörte, Erinnerte er sich, daß er dieses Lied nicht nur schon einmal an diesem See gehört hatte, Sondern auch später noch. Er sah ein anderes Mädchen an einem Teich sitzen und dieses Lied singen, Während zu seinen Füßen die Fische die Köpfe aus dem Wasser hoben, Als könnten sie jedes Wort verstehen. Dann schaute das Mädchen für einen Augenblick zu ihm herüber, Und er sah ihre Augen, Augen von schwer zu beschreibender Farbe, Die ihm so vertraut waren, als kenne er sie seit jeher. Sobald das Lied zu Ende war, verlöschte dieses Erinnerungsbild, Und er sah wieder das Mädchen aus dem Fischerdorf neben dem Flöter sitzen Und mit den Beinen baumeln. Die Kinder waren während des Spiels näher gekommen Und drängten sich um die beiden. Ganz vorn stand ein schmächtiger, etwas blässlicher Junge, Dessen Kleider Dreck verschmiert waren, Als habe man ihn eben aus dem Sumpf gezogen. Er schaute den Flöter mit großen Augen an und sagte, So möchte ich auch spielen können.